Photovoltaikanlage fändet ihr gut? Super, dann prüfen wir jetzt, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt. Los geht's. Erstens müsst ihr EigentümerInnen des Hauses sein. Das Dach darf natürlich auch nicht zu anderen Zwecken vermietet sein, zum Beispiel zu Werbezwecken. Aber der macht das schon. Passt? Check. Zweitens, euer Dach bekommt Sonne ab und ist zum Beispiel auch nicht durch Gebäude der Nachbarschaft oder große Bäume durchgängig verschattet. Außerdem sollte dein Dach eine gewisse Größe haben. Eine nutzbare Dachfläche von mindestens 30 Quadratmetern sollte am besten vorhanden sein. Drittens, ihr habt ein altes Dach und denkt über eine Sanierung nach, dann solltet ihr das vielleicht vor der Installation einer PV-Anlage angehen, denn die bleibt ihr erstmal eine Weile auf dem Dach. Viertens, die Statik erlaubt die Installation einer Photovoltaikanlage, denn grundsätzlich gilt, je größer das Dach, desto mehr Gewicht kann es in der Regel tragen. Das trifft aber für so ziemlich alle Dächer zu. Bei Flachdächern zum Beispiel sollte man nochmal genauer auf die Statik schauen. Fünftens, die PV-Anlage ist gesetzlich zulässig. Hier sind insbesondere die Bestimmungen vom zum Beispiel Denkmalschutz oder Brandschutz zu beachten. Kleiner Pro-Tipp, im letzten Jahr haben sich die Brandschutzbestimmungen in einzelnen Bundesländern sehr zum Vorteil von Photovoltaikanlagen entwickelt. Erfüllt ihr alles? Cool, weiter geht's. Der erste Check ist gemacht. Jetzt noch die Frage, was kommt denn alles aufs Dach, in, ans oder auf das Haus? Welche Bestandteile gehören zu einer Photovoltaikanlage? Das offensichtlichste und die Hauptkomponente, die Solarmodule. Na klar, die erzeugen aus Sonnenlicht reinen Ökostrom. Fantastisch, oder? Wenn ihr euren Strom speichern wollt, dann braucht ihr einen Stromspeicher. Mit ihm speichert ihr nicht genutzte Solarenergie in Zeiten, wenn die Sonne mal nicht scheint. Ja, zum Beispiel in der Nacht. Das erhöht euren Eigenverbrauch und spart gleichzeitig Kosten. Wir wissen ja, dass die Solarmodule das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Die lässt sich jedoch erst mit einem Wechselrichter im Haus nutzen. Denn der transformiert den produzierten Gleichstrom aus den Solarmodulen in Wechselstrom, den eure Elektrogeräte brauchen. Krönender Abschluss ist das Energiemanagement, Gateway oder auch HEMS genannt. Das optimiert nämlich all eure Energieflüsse für eine besonders hohe Effizienz. Das zeigt euch dann zum Beispiel in der App eure gesamten tagesaktuellen Stromverbräuche und verbindet alle Anlagen wie eure PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox. Ihr seid ready für euer Solarpaket? Dann überlegen wir zusammen, wie groß die Anlage auf eurem Dach sein sollte. Wenn es konkret wird, macht das bei Lichtblick ein Solarprofi mit euch zusammen und findet die optimale Lösung für euch und euer Dach. Damit sich die Investition in eine PV-Anlage lohnt, sollte sie sich möglichst schnell amortisiert haben. Dafür sollte die Größe so gewählt werden, dass sie wirtschaftlich arbeitet, die Kosten für die Solaranlage aber im Rahmen bleiben. Nicht alle Teile eures Daches eignen sich für die Installation. Wenn ihr die verfügbare Dachfläche berechnen lasst, sollten zum Beispiel Dachfenster oder Gauben beachtet werden. Außerdem sollte euer benötigter Stromverbrauch in Betracht gezogen werden. Hier spielt zum Beispiel eine Rolle, wie viele Personen in eurem Haushalt leben, ob ihr viel im Homeoffice arbeitet oder ihr ein Elektroauto besitzt. Aber auch die Solarmodule an sich können die Größe der Anlage beeinflussen. Denn Module können sich in Sachen Wirkungsgrad oder Qualität und Kosten natürlich unterscheiden. Ich erkläre es euch mal an einem Beispiel eines Einfamilienhauses. Wir haben hier eine nutzbare Dachfläche von 40 Quadratmetern. Das heißt, wir können in etwa 19 Module verbauen. Ein Modul hat 420 Watt und somit landen wir bei einer Gesamtleistung von rund 8 Kilowatt Peak und können damit 6870 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Ihr wollt noch mehr von eurem Strom? Dann solltet ihr euch für einen Stromspeicher entscheiden. Hier kommt es auf die Wahl der richtigen Größe bzw. Speicherkapazität an. Denn die ist bei einem Stromspeicher entscheidend für die Menge an Strom, die er speichern kann. Trotzdem solltet ihr euren Speicher auch nicht zu groß wählen, denn der kann aufgrund der ungenutzten Kapazität schneller verschleißen. Das richtige Maß macht es also aus. Schauen wir nochmal auf unser Einfamilienhaus. Wir erzeugen hier rund 6870 Kilowattstunden pro Jahr. Als Richtlinie könnt ihr euch merken, dass etwa eine Kilowattstunde Speichergröße 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch entspricht. Wir landen hier also bei einem Stromspeicher von rund 7 Kilowattstunden. Alles sonnenklar? Ja, wunderbar. In der Praxis sind das dann doch ganz schön viele Details, auf die ihr achten müsst. Lasst euch bei der Planung eurer Solaranlage deshalb immer von einer erfahrenen Fachperson beraten. Wir unterstützen euch sehr gerne dabei. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert gerne den Kanal. Bis bald!